Jetzt bekommt ihr Ärger, na 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 Hey, was ist mit dir los? Komm ich an die Kruse? Also los, geht's! Und wie fahrt ihr in die Kruse? Die Kruse fahrt ihr in die Kruse? Ja, da fahrt ihr in die Kruse. Ja, da fahrt ihr in die Kruse. Ja, da fahrt ihr in die Kruse? Ja, da fahrt ihr in die Kruse? Ja, da fahrt ihr in die Kruse. Ja, da fahrt ihr in die Kruse. Ja, das ist auch cool, zurück zu fahren. Mir ist auch so eine scheitmütige Ski. Und du hast mich gemerkt, du hast mich auf den Tisch gebracht. Dankeschön. Das hat dir auch eine gute Sache. Das ist ein Kollege.